Ja, herzlich willkommen zurück im Kanal Frag den Urologen. Heute möchte ich kurz erläutern, wie eigentlich eine Vasektomie abläuft. Allgemein zum Thema Vasektomie hatte ich ja in einem der Videos vorneweg was gesagt. Heute soll es nun darum gehen, wie läuft es eigentlich in den einzelnen Schritten ab. Zunächst, doch das ist das, wovor die meisten etwas Angst haben, aber das ist ganz unnötig, weil es gibt fast keine Schmerzen. Wir nehmen eine sehr, sehr kleine Nadel, um die Betäubung zu machen, verwenden dann für die eigentliche Betäubung eine etwas größere Nadel, die ihr aber schon gar nicht mehr merken könnt. Und das Mittel, was wir verwenden, hat eine Wirkungsdauer von fünf bis sechs Stunden, sodass auch postoperativ eigentlich kaum Schmerzen zu erwarten sind. Wir machen dann mit einem sehr speziellen Instrument ein kleines Loch in die Haut, sozusagen eine kleine künstliche Platz- oder Risswunde. Das hat den Vorteil, dass es überhaupt nicht zu einer Blutung kommt. Der Samenleiter wird dann aus diesem kleinen Loch hervorgehoben und durchtrennt und dann koaguliert und auch unterbunden. Und dann wird das eine Ende des Samenleiters mit einem kleinen Gewebestück übernäht und dann die Wunde mit einer Naht verschlossen, die sich auch selbst auflöst. Es kommt nur ein Sprühpflaster auf die Wunde, sodass ihr am nächsten Tag schon duschen könnt. Postoperativ gibt es keine besonderen Verhaltensanweisungen, also es gibt keinen Hinweis, dass irgendwas so oder so lange nicht getan werden darf, sondern es gilt eigentlich der Satz, alles, was sich gut anfühlt, ist auch erlaubt. Und wenn es sich noch nicht gut anfühlt, dann soll man es eben einfach noch lassen. Ja, so viel zum Thema Ablauf der Vasektomie. Wir haben einen Film auch der kompletten Operation gemacht. Da findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und wenn ihr den Kanal abonniert, dann bleibt ihr auch informiert. Also bis zum nächsten Mal.